Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog, Leute. Heute ist Mittwoch, es ist gerade fast viertel vor acht. Normalerweise würde ich mich jetzt auf dem Weg zur Schule befinden. Heute ist aber gar nicht direkt Schule. Heute machen wir nämlich einen Ausflug zum Strand nach Travemünde. Wir sind da eigentlich den ganzen Tag und ich werde da eigentlich mal so ein bisschen filmen. Nicht richtig vloggen oder so, aber jedenfalls ein bisschen filmen. Und im Moment hier ist auf jeden Fall auch noch ganz gutes Wetter, cooles Licht und so. Ich denke mal, da werden vielleicht ein paar coole Aufnahmen kommen. Kamera und Sand ist immer nicht so die beste Kombination. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall gehen. Und ich habe allgemein auch nur noch morgen, also Donnerstag und Freitag Schule. Und danach dann drei Wochen Praktikum und dann schon Sommerferien. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Wenn ich dann heute Nachmittag um fünf zurückkomme, habe ich sogar noch zwei Sachen, die ich mir bestellt habe. Die zwei Sachen habe ich mir am Sonntag, glaube ich, bestellt. Und ja, die sind zwei Sachen hier für den Schreibtisch. Beides so ein bisschen Richtung Technik, wer hätte es bei mir gedacht. Aber ja, ich würde sagen, ich muss jetzt los. Dann ist jetzt in neun Minuten oder so wollte ich los, um die Bahn nicht zu verpassen. Und ich muss sogar noch frühstücken, also würde ich sagen, los geht's. Bis zum nächsten Mal. Okay Leute, ich bin zurück. Ihr seht schon an meinem Gesicht, das ist übertrieben rot. Ich habe ein kleines bisschen Sonnenbrand. Mir tut auch schon der ganze Rücken weh, nur weil ich das T-Shirt an habe. Und ich muss jetzt gleich eine Dreiviertelstunde schon wieder los zum Tennis. Das heißt, ich muss mich beeilen. Ich sehe hier gerade schon, mein Paket ist angeformen. Das packe ich gleich aus. Hier liegt noch ein Buch. Das hätte ich eigentlich vor ein paar Tagen mit der Bücherabgabe abgeben müssen. Ja, ich bin aber noch voller Sand und so weiter. Das heißt, ich packe jetzt erstmal meinen Rucksack aus, wasche mich. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Paket. Und ja, nach drei, vier Stunden muss ich wieder los zum Tennis. Das heißt, ich beeile mich. Wir sind gleich wieder. Das Ganze hat sich jetzt doch nochmal ein bisschen verschoben. Es ist nämlich jetzt schon ein Viertel vor acht. Denn ich war jetzt doch schon beim Tennis. Denn nachdem ich mich gewaschen habe und so, war es dann schon ein Viertel nach. Und ich musste zum Tennis. Das war ich vorher noch eine Viertelstunde YouTube geguckt oder so. Und dann hatte ich dann doch keine Zeit, mir das auszupacken. Ich habe es noch einmal kurz aufgemacht und reingeguckt. Aber noch nicht richtig ausgepackt. Und deshalb würde ich sagen, packen wir das jetzt einmal zusammen aus. So. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus. Und ich habe euch ja, glaube ich, ich habe ja noch nicht mal gesagt, was drin ist. Ich zeige euch erst mal, was ich hier habe. Das ist erst was. Und zwar sind das... Direkt nochmal runter. Und zwar sind das zwei Sachen. Und zwar einmal ein USB-Hub. Vier-Port-USB-Hub mit Power Supply. Das war das Wichtige an dem Ganzen. Denn ich hatte vorher schon ein USB-Hub. Und zwar den hier. Bei dem war aber das Problem. Das Erste war das Kabel zu kurz. Das Zweite war es kein aktiver USB-Hub. Denn das heißt, externe Festplatten oder mein Audio-Interface, das braucht ja auch eine 48-Volt-Phantomspeisung für mein Mikrofon, konnte man damit nicht richtig gleichzeitig betreiben, weil es halt einfach nicht genug Power hatte, sondern eben nur 900 mAh über den USB-Dings. Und deswegen ist das ein aktives USB-Hub mit einem... Ja, wie heißt es? Power Supply-Verset-Supply-Netzstecker. Dann habe ich noch Bluetooth-Audio-Receiver. Steht drauf von Logitext. Das blau sieht irgendwie voll geil aus, muss ich sagen. Das ist so ein Teil, das kann man an seine Anlage anschließen. Meine Anlage zum Beispiel ist relativ alt. Die ist sicher schon zehn Jahre alt oder so. Allerdings habe ich da jetzt mit der Zeit noch mal zwei Boxen hinzugefügt und habe die alten Boxen jetzt hinter mir. Das heißt, ich habe hier vier Boxen, Surround-Sound, richtig geiler Sound und so weiter. Aber dadurch, dass sie eben älter ist, hat sie keinen Bluetooth. Eben doch ein bisschen unpraktisch. Hiermit geht es besser. Damit kann man, glaube ich, sogar zwei oder drei Sachen, ich glaube, zwei Sachen gleichzeitig verbinden. Das heißt, damit kann ich meinen PC und mein Handy gleichzeitig verbinden. Und dann kann ich einfach mit meinem Handy, wenn ich auf dem Bett liege oder so, damit Musik hören. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit dem USB-Hub hier an. So, das Ganze ist... Ich glaube, es ist kein richtiges Alu, ich weiß nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall hier so in diesem Apple-Design mit Silber und Weiß. Allerdings irrt mich das Design eh eher weniger, weil das hier drüben in meinem Schrank ist. Gucken wir mal, ob das Kabel lang genug ist. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall lang genug. Vor allem verglichen mit meinem alten USB-Hub, wo das Kabel auch fest dran gemacht war, ist das schon deutlich, deutlich länger. Erstmal mache ich hier noch das hier auf. Da haben wir das Ganze aber schon geöffnet. Ähm, so. Oh, alles klar. Da haben die auf jeden Fall den richtigen Netzstecker mitgeliefert. Das ist überhaupt kein Amerika oder so. Nein. Alter, das ist so klein, ne? Das hätte ich gar nicht erwartet. Alter, das ist klein und leicht. Leute, ich dachte ernsthaft, das ist viel größer. Das ist hier richtig klein. Und dann bräuchte man natürlich noch einen Adapter von amerikanisch auf Deutsch. Äh, ich weiß nicht, ob ich habe auf jeden Fall so einen, weil der Stecker von dem Amazon Echo auch amerikanisch ist. Aber, ich weiß nicht, ob ich noch einen zweiten habe, da bin ich mir, ich glaube eher nicht. Ach, ist ein bisschen blöd. Okay Leute. Ähm, ich werde jetzt mal gucken, ob ich noch so einen amerikanisch auf deutscher Adapter habe. Wenn nicht, muss ich den von dem Amazon Echo nehmen. Ist aber eigentlich auch nicht so schlimm, weil wenn ich ganz ehrlich bin, diesen Amazon Echo, der ist zwar ganz nice und so, der funktioniert auch echt gut. Aber, ich benutze den irgendwie vielleicht alle zwei, drei Tage mal. Und deshalb, ehrlich gesagt, ich benutze dieses Amazon Echo praktisch gar nicht. Ähm, wir haben glaube ich keinen Sonderadapter mehr, beziehungsweise kommt mein Vater gleich nach Hause, den kann ich gleich nochmal fragen. Erstmal habe ich aber keinen, das heißt, ich benutze jetzt erstmal den, den ich hier am Amazon Echo dran nehme, hier oben. Der ist sogar ganz klein und handlich hier. Und das müsste eigentlich der Richtige sein. Ja, so, dann habe ich einen deutschen Stecker. Ich habe das Ganze jetzt verbunden und ich würde sagen, ich starte mal an Napster und gucke, inwieweit das Ganze jetzt funktioniert. Alles. Und das Ganze funktioniert ohne Kabel. Das ist eigentlich ein bisschen leiser, aber das Ganze funktioniert auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier auf Stone Nice. So, Leute, ich mache das Ganze jetzt aber mal aus, bevor ich noch irgendwelche Copyright-Probleme oder so kriege. Die Anlage mache ich auch aus, aus. Hallo. Power. Oh, Standby. So, und dann würde ich sagen, schlägt die Bluetooth-Adapter mal oben auf den Tisch drauf, damit ich auch überall im Zimmer guten Empfang habe. So, dieser USB-Hub kommt nämlich nicht auf meinen Schreibtisch, sondern in dieses Schrankfach. Und falls ihr jetzt fragt, warum kommt das in dieses Schrankfach, das liegt daran, dass ihr, ich weiß nicht, ob man das seht, ich habe hier so ein Loch durch die Schrankwand durch, die hier auf der anderen Seite auf dem Schreibtisch wieder rauskommt. Und ich würde sagen, ich schließe das Ganze jetzt mal an, fülle dann das Kabel vom USB-Hub durch das Loch in dem Schrank zu meinem Laptop, schließe das Ganze an und dann sollte ich dauerhaft 2 TB externe Festplatten und mein Audio-Interface und damit das Mikrofon an mein Laptop angeschlossen haben. So, jetzt ist die Steckdose an und jetzt müsste das Ganze eigentlich funktionieren. Sehen wir schon, Pascal-HDD und Backup-HDD ist auf jeden Fall schon angeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch nach dem Mikrofon gucken. Hallo. 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 Hey Leute, das Ganze funktioniert auch. Es ist zwar nicht so schlau, das so zu machen, weil das dann ziemlich halt, aber mein Audio-Interface funktioniert auf jeden Fall, muss man auch daran liegen, dass das Ganze hier läuft. Hallo.